Der Newsflash Mit dem Smart Vision EQ42 zeigt Smart eine neue Vision der urbanen Mobilität und eines individualisierten, hochflexiblen und maximal effizienten öffentlichen Nahverkehrs. Hier möchte die Mercedes-Tochter Smart die Idee des Carsharing revolutionieren. Das autonom fahrende Konzeptfahrzeug holt seine Passagiere direkt am gewünschten Ort ab. Dass es sich um sein Fahrzeug handelt, erkennt der Nutzer mit Hilfe neuartiger Individualisierungsmöglichkeiten. Über den Black Panel Grill an der Front sowie über große seitliche Projektionsflächen erlaubt der Smart Vision EQ42 eine für Carsharing bis dato unbekannte Individualisierung des Fahrzeugs. Entlastet von Fahraufgaben können die Passagiere im großen Innenraum entspannen. Als erstes Fahrzeug des Daimler-Konzerns verzichtet das Showcar konsequent auf Lenkrad und Pedale. Ob die Zukunft wirklich so spaßig kommt, bleibt offen. Bis es aber soweit ist, halten wir uns aber noch recht gerne an einem Lenkrad fest. Ab in Altu 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 Ab in Altu